Musik Wir sind heute hier beim Stadtforum beteiligen, Ausrufezeichen. Es ist der 26. Juni 2017. Wir sind an der Markthalle 9 in Kreuzberg. Und der ganze Sinn der Veranstaltung ist, dass wir den Leitlinienprozess für die Bürgerbeteiligten in der Räumischen Planung heute hier starten. Dass wir natürlich ein paar Antworten einsammeln und ein paar Anregungen einsammeln. Und insbesondere auch Leuten die Chance geben, sich zu bewerben, als Bürgerinnen oder Bürger in diesem Arbeitsprämium mitzumachen. Es ist sehr spannend und sehr hoffnungsgebend, dass die Bürger sich mehr beteiligen können. Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens sollte verbindlich sein. Wir gehören zur Gesellschaft und wir möchten auch so behandelt werden. Hallo, ich bin Jana Gela und wir machen mit der Landesverwaltung Berlin und den Bezirksverwaltungen zusammen die Plattform MeinBerlin. Das ist die zentrale Beteiligungsplattform für das Land Berlin. Hallo, wir sind Cora Conscious City. Wir sind ein Fachgebiet an der TU Berlin. Wir entwickeln eine integrative Planungsmethode, die zugleich Planenspiele als Format haben kann, wie auch eine interaktive Planungsumhebung. Wir stehen hier, um darauf aufmerksam machen, dass es diese fatalen Planungen des Senats bzw. jetzt vom Bund gibt, die Autobahn vielleicht bis zur Storkower Straße weiterzubauen. Wir sind die Baupiloten und wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren daran, Nutzer zu beteiligen und machen das vor allen Dingen für Schulen. Und wir setzen uns dafür ein, die Nutzer, vor allen Dingen auch die Schüler, als Experten zu sehen und deren Expertenwissen in die Architektur mit einzurießen. Und das sind die Ergebnisse aus dem Assembly. Diese vier Meter Rollen sind komplett voll mit Vorschlägen, was für Ressourcen wir brauchen, um überhaupt mitzumachen. Wir haben jetzt versucht, das Stadtforum als Dialogplattform beizubehalten, den Beteiligungsaspekt zu verstärken, die Direktheit, die Möglichkeiten, auch wirklich Stadtwissen einzusammeln bei der Gelegenheit. Dass wir dieses Wissen sichtbar machen und ein bisschen ordnen und strukturieren, sodass wir nach dem Stadtforum oder auch schon jetzt besser damit arbeiten können. Also zum Beispiel zu der Frage, wie früh ist früh, war so eine Antwort, die ganz häufig kam, dass früh muss Bürgerbeteiligung stattfinden, bevor wichtige Weichen gestellt werden. Ich bin Anja vom Gemeinschaftsgarten Himmelbeet am Leopoldplatz im Wedding. Wir gärten dann auf einer städtischen Fläche, einer alten Brache und beackern da im Hochbeeten 1700 Quadratmeter. Wir sind die Initiative Temporäre Spielstraßen. Temporäre Spielstraßen bedeutet, dass man einmal die Woche nachmittags ein paar Stunden auf der Straße spielen kann. Die drei Elemente, gegenseitiges Verständnis, Orientierung an den Interessen der Beteiligten und Struktur. Und das sind für uns so die Kernelemente, die zum Gelingen von einem vernünftigen Beteiligungsverfahren beitragen. Was wir heute hier versprechen können, ist, dass wenn das Arbeitsgremium losgelegt hat, dass es erste Zwischenergebnisse auch öffentlich präsentiert. Also ich denke, spätestens im Frühjahr nächsten Jahres werden erste Ergebnisse dieser Gremien auf dem Tisch legen.